Quadratische Modellierung von Realsituationen. Hier ist es mal andersrum. Du hast keine Funktion gegeben, sondern du sollst eine Funktion finden. Nämlich zu irgendeinem Gebilde aus deiner Umwelt, aus der Realität, wie zum Beispiel bei dieser Brücke hier. Wir haben diese Brücke jetzt gegeben und das ist die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands mit einer maximalen Höhe von 100 Metern. Also hier irgendwo in der Mitte sicherlich. Das ist ja hier symmetrisch, parabelartig. Nach unten geöffnet und es geht um diese von mir rot eingezeichnete Kante von dieser Traverse oder von dieser Aufhängung oder wie auch immer man das nennt. In der maximalen Höhe sozusagen beträgt das hier 100 Meter und hat eine Breite bei den Verankerungen im Boden, zwischen diesen Verankerungen hier irgendwo in diesem Wald, von 220 Meter. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, ein sinnvolles Koordinatensystem festzulegen und diesen Graphen, der hier entsteht, da irgendwie reinzupacken und daraus wiederum eine Funktionsgleichung abzuleiten. Und dabei kann man natürlich ganz unterschiedlich vorgehen. Ich würde sagen, man hält sich die Sache immer so einfach wie möglich. Was wichtig ist, ist, wir brauchen die Koordinaten eines Scheitelpunktes. Der Scheitelpunkt liegt ja hier. So, außerdem brauchen wir immer noch einen weiteren Punkt. Das ist eine quadratische Funktion. Da braucht man entweder drei Punkte, um die über Regression festzulegen oder Scheitelpunkt und einen anderen Punkt. Also wenn man den Scheitelpunkt hat, ist man auf jeden Fall immer schon mal super dabei, denn dann kann man sich einen weiteren Punkt sozusagen sparen. Okay, also den dritten Punkt. Man braucht dann noch einen weiteren Punkt. Und der Scheitelpunkt, den kann man ja hier gut festlegen, den man zum Beispiel sich dafür entscheidet, dass man diese Aufhängung hier oder diesen roten Graphen einfach symmetrisch an die y-Achse packt. Also, dass der Scheitelpunkt auf der y-Achse liegt. Das heißt, der würde ja dann in 100 Meter Höhe liegen und auf x-Wert 0. Das heißt, bei 0 und 100 würde der Scheitelpunkt liegen. Und ein weiterer Punkt, den müsste man sich jetzt überlegen. Also, wenn hier so die y-Achse durchläuft und wir haben hier eine Breite von 220 Metern, dann ist ja sozusagen die Nullstelle, also der Punkt, an dem dieser rote Graph die x-Achse schneidet, wäre quasi bei der Hälfte von dieser Breite, nämlich bei 110 zum Beispiel. Somit hätten wir einen weiteren Punkt bei 110 und 0 oder bei minus 110 und 0. Das könnte man dann entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal 110 und 0 als weiteren Punkt an. So, jetzt hat man diese beiden Punkte und wenn man den Scheitelpunkt hat, super, dann kann man ja einfach die Scheitelpunktform nehmen. Allgemein heißt die Scheitelpunktform a mal x minus xs oder man sagt auch u plus, also hoch 2 plus v oder ys. xs ist die x-Koordinate des Scheitelpunktes, ys ist die y-Koordinate des Scheitelpunktes. Hier also xs ist 0, ys ist 100. Das könnte man jetzt hier schon einsetzen. Und dann fehlt aber immer noch das a. Okay, ich mache es trotzdem mal, ich setze das mal ein und sehe, okay, mir fehlt noch hier das a. Nach dem a kann ich aber nur freistellen, wenn ich auch noch was für x und y einsetze. Und dafür habe ich quasi diesen zweiten Punkt. Dieser zweite Punkt setzt sich ja zusammen aus einer x- und y-Koordinate. Dieser Punkt liegt auch auf dem Graphen. Und deswegen kann ich jetzt dieses x hier, die 110, für x einsetzen und die 0 für y einsetzen. y ist dasselbe wie f von x. So, da siehst du das, die 0 und da die 110. Hier siehst du die x-Koordinate des Scheitelpunktes und hier die y-Koordinate des Scheitelpunktes. Und jetzt ist alles in dieser Gleichung ausgefüllt bis auf das a. Und man kann jetzt nach diesem Parameter, nach diesem Faktor freistellen. Das heißt, alles auf die andere Seite und das a steht dann alleine und man kann ablesen, hey, das ist der Faktor meiner Scheitelpunktform. Gut, 110 hoch 2 sind 12.100 mal a. Das sortiert man so um, dass der Faktor dann hinter der Zahl steht. Plus 100, dann bringt man die 100 noch auf die andere Seite. Mit minus 100 steht sie jetzt da und teilt dann durch den Faktor vor dem a und dann hat man sozusagen freigestellt. Und man bekommt raus minus 0,00826. So, jetzt überprüft man nochmal. Ja klar, es muss ein negativer Wert sein, weil es ist eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. Außerdem ist sie sehr breit. Das geht über eine Breite hier von insgesamt 220 Metern. Das heißt, es muss natürlich auch deutlich gestaucht sein. Und betragsmäßig liegt dieser Wert von a ja sehr nahe bei 0, also eine deutliche Stauchung. Okay, also das macht alles Sinn. Dieser Wert ist sinnvoll und wir können ihn jetzt in unsere Scheitelpunktform einsetzen. Du siehst ihn jetzt hier vorne als Faktor. Außerdem habe ich jetzt hier noch die 0, also den x-Wert des Scheitelpunktes eingesetzt und hier die 100, den y-Wert des Scheitelpunktes. So, das kann man natürlich noch ein bisschen anders schreiben. x minus 0 ist einfach x. x zum Quadrat, dann hat man das hier als sozusagen einfachste Form. Das kann man so machen. Jetzt würde ich das noch zeichnen einmal. Das siehst du hier ganz gut. Wir haben hier unseren Graphen reingepackt bei 0 und 100 ist der Scheitelpunkt. Und insgesamt haben wir eine Breite hier von minus 110 bis 110, sind also 220, passt. Und unseren Punkt, den wir vorhin gewählt haben bei 110 und 0, der taucht hier auch wieder auf. Also das ist mathematische Modellierung einer quadratischen Funktion aus einer gegebenen Realsituation, die hier in diesem Fall diese Brücke ist.